Entschuldigung, jetzt bin ich gerade... Hast du das jetzt doch nochmal ausgedruckt? Na gut, dann... Wofür ist das jetzt? Also ich... Du kannst dich ewig künstlerisch irgendwie ausleeren und endlich mal eine Entscheidung treffen. Du reißt Leute mit rein! Also ich lese dann erst mal, ja? Boah, echt? Ist das wichtig? Ist das nötig jetzt? Das hat mir schon sehr gut gefallen, einfach so beim Lesen. Ah ja? Würden Sie das denn dann auch spielen? Also wäre das auch der Partner? Nee, der wird deutlich künstler sein. Und bitte? Ich bin nicht hysterisch, ich leide. Ja. Und nicht hysterisch sein. Und Cut! Das ist kein Soap, das merkt man sofort. Das klären, die Sprache ist nur Transport... Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Wäre das okay, wenn die Hanne ein bisschen Make-up runternimmt? Also am Mund ein drauf. Bereit? Läuft. Und bitte. Gervin? Ja, ich bin bereit. Du müsstest jetzt... Na sie beginnt doch, oder? Nein, wir haben das geändert. Lass uns erst mal machen. Erst mal so ein bisschen Betriebstemperatur kriegen, oder? Und du spielst jetzt hier mit? Ich spiel da mit, ja? Er spielt nicht wirklich mit, er macht nur Anspielpartner fürs Casting. Bist du wahnsinnig geworden? Bist du wahnsinnig geworden? Dass du unseren Hauptcast zerknallst hier! Ich lieb dich so sehr. Warum bist du so gemein zu mir, Karl? Wenn wir jetzt ersthaft sprechen, habe ich das Gefühl, dass ich einiges vom Kamerun mitbringen würde. Bist du eigentlich bisexuell? Also spielen sie oder spielen sie nicht? Ich spiel ja, ich spiel ja! Das gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen, ja? Soll ich noch was probieren? Bis zum nächsten Mal.